wie erkennst du deinen wahren wert im tod stell dich ihm blick ihm direkt ins auge johnny ich hab dich blutdruck fällt neulogener schock erstürmt wie bist du da drin mein kopf was jetzt jetzt findest du heraus was du zu tun hast du bist in deinem leben nie vor etwas weggelaufen nicht einmal wenn du es hättest tun sollen du durchstreifst night city und weiß dass dich jederzeit eine kugel erwischen könnte aber das hat dich nie davon abgehalten die dinge selbst in die hand zu nehmen wwtf fuck up samurai we have a city to burn wir fahren jetzt venus in force zu melden mit dem Trout einmal nach Hause ins Apartment. Und ja, ist gar nicht so weit. Brechensmeldung könnte man unterwegs vielleicht noch mal machen hier. Egal, fahren wir das mal hin? Dann ist mein altes Auto anscheinend kaputt. Oh, stopp. Guck mal da. Neue Tarotkarte. Was haben wir denn gerade? Gerechtigkeit war es nicht. Wagen war es glaube ich auch nicht. Welt. Oder die Sonne. Ich weiß es nicht. Ne, hier hat der Cowboy. Katzenfutter. Ah, verleiht den Zustand Sättigung deine maximale Gesundheit. Ja, nee. Nicht für mich. Wilsames Graffiti. Boah, du Bastard, Alter. Ich stand hier am Rand. Oh Gott. Geil. Haul halten. Weg da. Woop. Sind wir da? Ja, wir sind da. No tell. Ich warte auf einen Freund. Meine Güte, siehst du künstlich aus. Okay, neues Gebiet wird betreten. No tell, motel. Ach, da liegt doch irgendwas. Road Race. Ach cool. Können wir hier nochmal spielen. Ich brauche mir mal ein Burrito in die Kiemen. Rucksack. Gott, habe ich viel Scheiß gefunden. Warte mal. Tütchen Ketchup, ne? Sättigung. Maximale Gesunde. Okay. Ja, nee. Oder mit einem Tütchen Ketchup, das wir auf dem Boden gefunden haben. in einem ranzigen Hotel. So, los geht's. Geh zum Erdgeschoss des No tell Motel. Ich wette, mich hast du hier nicht erwartet. Was liegt da zum... Oh oh. Oh oh. Und was jetzt? Hm. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal, dann wie. So ist die Konzerngötter denn wollen. Okay. Ich dachte, da gibt's irgendeine, ähm, Aufgabe. Also eine andere Aufgabe als die, wie ich sie gerade... ...puh. Erledigt hab. So. Manchmal sind zwei Menschen zu Nachricht lesen. Venus in Forz. So. Venus in Forz. Mal Lust. Ja. Ausrüsten. Hahaha. Schnelle Ange... Nein, nicht Erdshaft. Oh, warte mal. Was war das denn? Alt gedrückt halten. Das ist ein Waffenrad. Ah, okay. Nice. Wie lustig. Einhändige Keule. Nicht tödlich. 406,8 Schaden die Sekunde. Stumpfe Waffe. Damit die Gegner sich wünschen, sie wären schon tot. Schlag deinen Gegner ins Gesicht, um ihren Stolz zu verletzen und deine kritische Trefferschance zu erhöhen. Und wenn du dann noch extra Salz in diese emotionale Wunde streuen willst, besorgst sie mit diesem Dildo so richtig. Für noch mehr Kraft kann Sir John sie sogar betäuben. Freier Nahkampf-Slot-Mod. Ja, okay. Das Ding nehmen wir tatsächlich mal mit. Gebt dich zum Afterlife-Ghost-Tower. Nächste Hauptmission. Nein. Ähm. Guck mal hier. Verbrechensmeldung. Es wird wahrscheinlich schief gehen, aber ich versuche hier, einen Verbrecher mit einem Dildo K.O. zu hauen. So, gespeichert. Ja. Einfach mal ins... Stundenhotel. Journal. Okay, Nebenmissionen. Was machen wir denn dann mal als nächstes? Das Geschenk. Beschaffe den Ping-Quick-Hack von dem Netrunner. Psychokiller. Hoch. Epistrophe. Beat on the bread. Bleib nah am Delamain-Taxi dran. Wells Springs. Epistrophe. Fool on the hill. Finde an alle Tarot-Graphite. Achso. Shoot to thrill. Geht zu Wilson Schießstand. Das wäre nochmal was. Da könnte man schießen nochmal. The Beast in me besucht Claire tagsüber in ihrer Werkstatt. Nee, shoot to thrill. Das machen wir dann sonst als nächstes. Okay, und ich würde sagen, ich mache hier einen ganz kurzen Break. Dafür gibt es dann direkt zwei Folgen beim nächsten Mal, weil die jetzt sehr kurz ist und ich nicht weiß, inwieweit YouTube das Ding sperrt. Okay, viel Spaß weiter und bis gleich und ciao.